Diktator muss weg! Wir wollen Demokratie! Wir wollen Demokratie! Higdorf muss weg! Isayas muss weg! Diktator muss weg! Also, wir sind heute, haben uns hier versammelt, um gegen das eritrenische Regime und unser Isayas, Abouaki, der seit 26 Jahren im Amt ist, zu demonstrieren. Wir wollen uns mit den Demonstranten solidarisieren, die letzte Woche Dienstag in Asmara, die Hauptstadt von Eritrea, auf die Straße gingen, um ihren Unmut gegen das Militärregime auszudrücken. Diktator muss weg! Diktator muss weg! Isayas muss weg! Die Menschen in Eritrea leben seit 1994 unter einem Regime, das sie terrorisiert und unterdrückt. Die eritreische Bevölkerung ist das Leid, keinerlei Rechte und Freiheiten zu besitzen Leid, und geht nur noch auf die Straße, um Eritreer zu einem freien Land zu machen. Diktator muss weg! und die es ist Wenn ich meine dieses Ich kann, wenn ich meine Dein Ich weiß nicht, das ist Wir wollen Demokratie! Diktator muss weg! Wir wollen Freiheit! Wir wollen Freiheit! Diktator muss weg! Wir wollen Freiheit! Wir wollen Demokratie! Wir wollen die Demokratie! Wir wollen die Demokratie! Wir wollen die Demokratie! Wir wollen die Demokratie! heiraten die Jemen Rastrahman, Sayang Rastrahman, Sayang Rastrahman! Wir haben uns hier einbrushes Werk geführt, dass wir unseren Zugang bemerken werden immer ensemble. Das war wirklich besseren. Hier sind die Straßen wir uns hier den Eritera. Wir werden uns hier die Hölle lachen. Wir brauchen Freiheit. Wir brauchen Freiheit! Wir müssen unser Leben! Der Eritrea, weil es dort keine Pressefreiheit gibt, es gibt keine Verfassung, es gab noch nie Wahlen und aus dem Grund kann das eritreische Volk diese Unterdrückung nicht mehr hinnehmen. Aus dem Grund sind einige Studenten auf die Straße nach Smaras gegangen und es kamen sofort zu Schüssen. Nach Angaben von ZDF gab es sogar 26 Tote. Man wird einfach ins Gefängnis gesteckt, weil man irgendwas getan hat. Es wird nie ein Prozess gemacht. Eritrea ist ein Terrorregime. Die Menschen fliehen hierher, um Schutz zu suchen. Und nun ist die Zeit gekommen, um Eritrea zu befreien, die Stimme zu erheben und aus dem Land ein freies Land zu machen. 26 Jahre Unterdrückung und Terrorregime sind genug. Es reicht. Down, down, Diktator! Down, down, Diktator! Down, down, Diktator! Down, down, Diktator! Freedom for Eritrea! Freedom for Eritrea! Freedom for Eritrea! Vielen Dank.